Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Selber machen ist Trumpf. Das sagen sich immer mehr Leute und gehen zu GOB. GOB ist der fachkundige Partner für DIY. In der ganzen Schweiz hat GOB über 29 Verkaufsstellen für DIY Artikel für den Garten, für das Haus oder für das Auto. Da können Sie wirklich alles über für Ihr Hobby. Über 15'000 Artikel. Die Auto- und Motorradfahrer finden alles für die Pflege und den Komfort von Ihren Fahrzeugen. Und natürlich auch der Hobbygärtner. Für diesen ist GOB DIY ein hilfreicher Partner. Elektrogeräte für was Sie wollen. Zum Bohren, Sägen, Schleifen oder Hobeln. Aber auch für die Verschönerung und die Pflege von Ihrem Heim kommen Sie bei GOB DIY wirklich alles über. Natürlich auch die fachkundige Beratung. Gerade jetzt ist die Zeit ideal um der Wohnung einen neuen Anstrich zu geben. Hier ein paar nützliche Tipps. Die Raumecken werden zuerst mit einem Flachpinsel vorgestrichen. Die Decke wird langsam mit dem Roller gestrichen. Der Roller hier dabei ganz in den Farbkessel reintauchen. Dann auf dem Abstreifsieb gut ausdrücken. Und dann kommen die Wände dran. Hier streichen wir zuerst von oben nach unten. Und dann quer hin und her. Und gleich nochmal von oben nach unten. Und so wird nämlich die Farbe schön und regelmässig verteilt. Sie sehen, bei GOB haben Sie nicht nur eine grosse Auswahl, sondern auch eine fachkundige Beratung. Apropos grosse Auswahl. Gerade diese Woche finden Sie in Ihrem Briefkasten den neuesten GOB DIY Prospekt. Und da drin hat es über 150 preisgünstige Qualitätsangebote. Und Sie können da drin natürlich auch sehen, wo für Sie der nächste GOB DIY ist. So, das wäre es gewesen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB 2 x 500 g Napoli Spaghetti statt 2,70 g nur 1,90 g. 100 g Aufschnitt offen oder vakuumverpackt nur 1 Franken. Eine Schachtel an 200 g Strichschmelzkäse geben wir extra für nur 2,50 g. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 5 kg Maga statt 16,80 g nur 14,80 g. Und 5 kg Tasche statt 16,90 g nur 14,90 g. Jaffa Schamutti Orangen in der Tragtasche. Das Kilo für nur 1,40 g. Und als aktueller Preisschlager Schilett G2, ein Dispenser an 10 Klingen für nur 4,25 g. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem GOB Laden. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. D접